Ihr könnt ja Hördi doch noch reden. MUMMU! Ja Leute, und damit herzlich willkommen zu einem... Let's Horror, Dead Space. Nicht wundern, das Spiel ist von 2008. Trotzdem hat es seinen Charme behalten. Und ich habe gesagt, ich will mal ein Let's Horror machen. Das hier wird ein Zusammenschnitt der schönsten Momente meines Dead Space. So, wir spielen das Ganze glaube ich einfach, weil ich ein Noob bin. Ich habe irgendwie Angst. Ich habe nie den ersten Teil von Dead Space gespielt. Und Origin macht es uns ja immer leicht, unsere Säle zu verkaufen, indem wir sagen, ja komm, wir machen es kostenlos, dafür musst du nur Origin benutzen. Genau. Ich muss beide Kopfhörer aufsetzen. Ich rede jetzt zwar ein bisschen leiser vielleicht. Dead Space! Ich wünschte, ich könnte mit dir auf jemandem reden. Ich habe Angst. Ist schon seltsam. So ein kleines Ding. Sie hat auch unten geguckt und hat so ein kleines Ding gesagt. Was soll ich denn da verstehen? Wie oft hast du dir das schon? Was ist das? Ein defektes Array, wie wir erwartet haben. Ich tippe auf ein Problem mit dem Encoder. Bringen Sie uns da runter, dann kümmere ich mich mit Isaac da rum. Dürfte nicht länger dauern als 48 Stunden. Sie haben die Läden gehört. Bringen Sie uns rein. Mal sehen, was wir tun können. Gravitationsstrahl aktiviert. Automatisches Undock-Manöver eingeleitet. Juter Scheiße! Nein! Wir können es reinschaffen! Corporal, das war ein Befehl! Das Feld ist zu stark! Wir sitzen da einfach rum und machen gar nichts. Ich komme jetzt hier drüben, verstehe. Es ist denn so dunkel. Sind Sie okay? Willkommen im Dead Space! Bewegen Sie sich schneller. Macht Sinn beim Brennen, bewegt man sich schneller als beim Gehen. Hm. Captain Obvious. Strikes again! Scheiße, hier ist nirgendwo mehr Saft. Isaac, gehen Sie da rüber und hacken Sie die Türsteuerung. Fertig. Blut auf den Ball. Hier ist keine menschenseelig. Empfange keinerlei Signale. Die Sicherheitskonsole ist noch aktiv. Isaac, loggen Sie sich ein und sehen Sie nach, was sie finden kann. Kendra, Sie bringen den Aufzug wieder zum Laufen. Gucke ich doch gerade. Geht nicht. Dann leiten Sie die verdammte Energie um! Hören Sie. Wenn wir alle zusammenarbeiten, kommen wir schneller hinter diese Sache. Kommen Sie, Isaac. Wir bringen das Computerdisplay online. Ich versuche es doch. Scheiße. Kartenbildschirm. Ich bin doch schon da. Dummkopf. Ja, Schafesbricht laden. Laden. Wir sind... Das sieht nicht gut aus. Das blingt ja nicht. Das Monorail-System ist offline. Hat schwierig sich hier zu bewegen. Die Luft scheint wieder zu zirkulieren. Wir haben einen Anfang. Mooooooo. Kannst du wieder aufhören? Was im Teufel war das denn? Die automatische Quarantäne muss ausgelöst worden sein. Als das Fiste-System wieder angesprochen wird. Nö. Also ganz locker bleiben. Wir sind jetzt nicht eingesperrt, oder? Ich bin mir nicht sicher. Was war's? Oh nein. Machen Sie das wegen alle! Helfer, Energie! Rönder! Komm schon! Ja! Ich bin weg. Ich bin... Ich bin raus hier! Und... Oh mein Gott! Ich bin weg! Ich bin weg! Weg durch! Weg durch! Weg durch! Weg durch! Nein! Mami! Mami! Ich mach dein Sohn! Es geht nicht schneller! Lass mich in Ruhe! 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 Fuck! Wer braucht den Sohn? Oh mein Gott! Mami! 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 Ich muss seinen Kopf! Er hat seinen Kopf vergessen! Der arme Junge, wenn der ohne Kopf rumläuft! Das wird eine kopflose Angelegenheit! So! Vielleicht kann er den nochmal bestellen in den Fahrstuhl! Kann der mal bitte aufhören zu flenden da drüben? Möchtet ihr in Ruhe? Wie kann ich angreifen? Oh mein Gott! Ah! So kann er auch nicht hier öffnen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Geh weg! 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 Ist er tot? Ich möchte hier nicht sein! Okay, ich muss den Schicksal! Warum sollte man auch Deckenlampen einbauen, was? Nö! Juckt auch Kaltschwein! Was ich sage! Isaac! Da waren noch mehr auf dem Weg hierher! Sind Sie okay? Mehr was? Was zum Henker sind das für Dinger? Ist das die Crew? Schreien Sie nicht so! Was immer es ist, die sind nicht zu plabber! Sie! Isaac! Wenn ich auf der Brücke bin, sollte ich Zugriff auf die Personalakten haben! Reparieren Sie die Monorail! Dann esse ich Ihnen Nicole zu finden! Eine klassische Win-Win-Situation! Kann man hier ein Foto machen? Ach, Speicher! Speicher-Station! Das ist ja voll altmodisch! Es war irgendwann! Platine! Ich brauche eine scheiß Platine! Achso! Offline, Platine fehlt! Ja! Hä? Guck mal Porno! Ich glaube wir sollten rechts lang gehen! Da sieht es nachher Ausgang aus! Oh mein! Ich hasse dieses Spielmacher! Geht's Ihnen gut? Hallo? Wie geht's dir? Nicht so, wa? Hi Leute! Irgendwie wurde mir gerade gesagt, dass wir auf eure Gliedmaßen schießen! Ist das korrekt? Hallo? Keiner von euch hier? Ganz sicher? Ach, dieses Geräusch der Tür! Nicht, 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 nicht! Rechts oder links? Welche große Frage? Vor allem Schabbeckmauer 1 auf der Fahne? Oh, meine Kahn gespielt wurde! Hey, da ist eine Technikraum! Oh, wie! Es wird die Ruhe! Ich möchte nicht mehr hier werden! Dein Startmodul solltet ihr bei dem Armmechanismus helfen! Ich möchte die andere Seite auch noch machen! Wuhuuu! Manni! Friedmaßen abschüssen! Friedmaßen abschüssen! Du kleiner, verpisster Drecksack! Ah, klasse, Energie! Danke! Ich höre immer Schritte, wenn diese scheiße Teile... Wuhuuu! Fuck! Fick dich! Fick dich! Ich hasse dieses Spiel! Bastard! Schlampe! Deine Mutter stinkt nach Maggi! Je schneller, desto besser. Ich höre da draußen was rumkriechen. Beruhigend. Und... Fick dich! Fick dich! Du bist scheiße. Du bist scheiße. Hier war noch irgendwo einer. Ich hab's gehört. Freut mich. Freut mich. Scheiße. Pisser. Hab ich dir nichts getan. Ich lass diese hässlichen Missgeboten. Oh mein Gott, da ist ein Schatten. Wo ist der? Nein! Nein, ich will nicht wissen, woher ich mich hier töten möchte. Hab ich nichts getan. Der Locker, der kommt hier gleich irgendwo runter. Dann so, bäh! Fick dich! Tschüssi, ich bin weg hier. Leckt mir auch den Sack. Hier durch, dankeschön. Strasis-Station. Hey, guck mal. Oh mein Gott. Nö, muss doch nicht sein. Guten Morgen, Kleiner. Wie geht's dir? Oh mein Gott. Hey, könnt ihr überhaupt noch nicht zufrieden gehen? Dankeschön! Ich hab's euch nicht gesehen. Oh mein Gott. Gehst du ab! Gehst du ab! Fuck. Immer eine der Lüftungsschächte. Hi. Hi. Ja, natürlich muss ich da sein. Nee, 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 nee. Hey, ist das Computer-Plantin? Kann ich hier gehen? Nein, nein, das ist natürlich nicht. WUH! Missgeburten. Scheiß Missgeburten. Der lag da schon. Und jetzt macht er diesen A. Hey, warum? Mach mal eine Leitertür. Lass ihn eine Laute machen. Das hat sich ja, als ich hätte gedacht, dabei. Hm, juckt doch keinen. Das wackelt sogar noch. Da war doch grad jemand. Anders kann ich mir das doch nicht erklären. Da hast du schon wieder einen Lüftungsschacht. Ja, ey. Hi, Kollege. Hier war wohl ein Boot. Hey, wow, wow. So nicht. So nicht, mein Freund. So nicht, mein Freundchen. Nee. Warum lustiges Schiff bauen? Das ist ein gruseliges Bauen. Na, Kollege, wie geht's dir? Voll lustig ist, sich mal zu überlegen. Voll lustig ist, sich mal so zu überlegen. Dass nicht wie bei uns der Korpus das Wichtige ist. Oh mein Gott. Sondern die Gliedmaßen. Mami. Mami, 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 Mami. Mami, ich hab Schritte gehabt. Wo, wo, von wo? Von wo? Scheiße, von wo? Nein. Tod sollst du sein. Ja, leckten wir doch alle den Popo. Nein, nein, nein. Bitte nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott, da hinten kam noch was. Nein, er hat geblinkt. Die sind nicht tot. Ich wusste, dass diese hässliche, verkackte, verfickte... ist geblinkt. Ach, Taschchen, mein Kollege. Ach, Taschchen, mein Kollege. Du weißt, nicht? Ertlich. So rief. Hab ich nicht. Wir können wieder nach Hause. Wir gehen nach Hause. Nein, nicht nach Hause. Nicht nach Hause. Ich möchte nicht nach Hause. Ich bin weiter an Karni. Ach, ja, schöne Schwinn. Ja, Mama, ich muss doch... Geh weg, 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 geh weg. Oh, Isaac, bring die Kartine zur Monorail-Steuerung und setz sie in den Prozessor ein. Wuhuuu! Was ist denn besser geworden? Wie ist schlechter? Mami! Fick dich, fick dich! Ach ja. So muss Blut aussehen. Haben die Würmer in ihren Armen? Yummy. Sehr yummy. Ich kann, hör die doch noch reden. Mama! Ich muss doch nicht sein. Ich bin doch nicht. Scheiße. Ich weiß es nicht. Ich mag die gar nicht. Du hast nicht mehr Geschenke für mich? Arschloch. Warum ist es so dunkel? Nein, mich hat kein... Wer hat Würmer da? Das ist nicht normal. Sonst ist er sehr normal. Mein Gott, ist das dein Arsch? Okay, er ist doch nicht normal. Sorry. Hi! Oh mein Gott, die Luft ist schockt. Wie, mein Inventar ist voll. Deine Mutter ist auch voll. Ja, deine Mutter. Nein! Nein! Einfach! So muss es sein. Sagen Leute, wer hat die Eier in der Hose? Hallo. Der hat Schiss vor mir gehabt, deswegen ist er weggeraten, habt ihr gesehen? Sie haben mehr Angst vor mir als ich vor ihn. Sie haben mehr Angst vor mir als ich vor ihn. Sie haben mehr Angst vor mir als ich vor ihn. Oh, ich hab mehr Angst vor sich, als ich vor mir. Sie haben mehr Angst als ich vor ihn. Sie haben mehr Angst als ich vor ihn. Sie haben mehr Angst als ich über ihnen! Nein, sie haben keine Angst! Sie lassen mich einfach nur! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Geh weg! 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 Nein! Geh weg! Geh weg! Verpässt dich! Verpässt dich! Ich haße dieses Spiel so sehr! Willkommen an Bord! Ob es da Pizza gibt? Nein! Credits! Oh mein Gott! Schatz! Dein Inventar ist... Dein Inventar ist voll! Nö! Nö! Von wo? Von wo? Von wo? Von wo? Ich bin weg! Ich bin weg! Ich bin weg! Von vorne kam er übrigens! Von vorne! Ich will nicht! Das geht einfach nicht! Ich muss... Ey was guckt denn der so? Ey ne jetzt schon mal im Ernst? Was guckt der so blöd? Was guckst du? Hallo! Ich hab voll aus der Zähne getreten! Hast du gesehen? Hallo? Ist jemand hier? Laden! Ich bin weg! Ich bin weg! Was ist meine Scheiße? Tja! Ja! Ja! Nö, nö, ist jetzt nicht euer. Ist jetzt, ist jetzt gerade nicht euer. Ey, das juckt euch nicht, wa? Juckt euch nicht, was mich hier... Nö, der, der juckt schon lange nicht mehr, glaube ich. Hallo, geh doch einfach, wo du wohnst, weißt du? Ey, hallo, Kollege. Warte, zu sein. Ach, scheiße, alle rufen aus. Den schaffen die nicht, also wenn die sich so anstellen wie ich. Schaffen die nicht. Den, den schaffen die nicht, nee. Arsch, Geburtstag, auf der Hölle, wirklich, nee. Scheiße. Gehen wir erst hier lang, wenn wir da rein müssen. Nee, nee, nee. Nee, sollt nicht, meine Freunde. Ich hab euch nicht getan. Jo. Erstes Kapitel geschafft. Leute. Das war's, glaube ich mal, für die erste Folge. Das war's. Das war's. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann schreibt das da unten hin. Wenn ihr mich ärgern wollt, dann schreibt das da unten hin. Wenn ihr mich nicht weiter leiden sehen wollt, dann schreibt das bitte da unten hin. Hör auf. Ich möchte das nicht mehr spielen. Bitte. Bitte sag, hör auf, du bist so ein Loob. Ich möchte das nicht. Alleine. Ich bin alleine in diesem Haus. Ich werde an allen Lüftungsschächten vorbeigehen, wie, oh mein fucking Gott, bitte. Ich habe keinen Plasma-Kate. Tschüssi.